Ich bin der einzig wahre Ortsenplotz! Und ich lass mich nicht so einfach fangen! Erst recht nicht von so Kasper und Zöppel! Also warum werden wir aufgeregt, Herr Dachmeister? Aufgeregt wärst du aufgeregt? Ich bin leicht ohne Sinn! Ich bin der gefährlichste Räume am ganzen Landkreis! Was? Landkreis? Umkreis! Erdkreis! Erst ausgerissen! Genau wie in meinem Traum! Das kann nicht sein! Doch! Ich werde mich bei euch rächen! Und ihr könnt nichts dagegen zulassen! Wir werden den Räuber-Hotzenplotz wieder einfangen! Wer? Wir! Na wir! Zöppel und ich! Niemand ist gegen meine Rappi-Munde! Wir bauen eine Mondraketen! Eine Mondraketen! Eine Mondraketen! Und damit werden wir den Räuber-Hotzenplotz auf den Mond schießen! Räuber-Hotzenplotz auf den Mondraketen! My Colin! Whirls-Hotzenplotz auf den Mondraketen! Hahaha! Rakete!